Willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir dem Thorsten und endlich komme ich zum Aufnehmen. Also ich habe es jetzt nach der Liga nicht geschafft irgendwie was aufzunehmen. Ich bin hier noch im Clan GSI Warriors und wir haben hier Champions 2 gespielt und noch mal alles gegeben. Wir haben am Ende noch mal alles gegeben, um hier so ein bisschen das Gesicht zu wahren, aber ihr seht es, wir sind leider abgestiegen als Gruppenletzter, so will ich es mal sagen. Also wir sind leider Achter geworden, aber haben am Ende noch mal immerhin den letzten Clan Krieg hier gewonnen mit 2,35 Sterne. Das ist echt wenig, muss ich mal so sagen. Also da können wir wesentlich mehr. Bowling Point hier, die sind von unten nach oben eigentlich durch und die, die die, die eigentlich erst oben waren, der vierte und der fünfte, die sind noch mal durchgereicht worden. Naja, macht alles nichts. Wir haben dann noch gegen Los Cetas noch mal 34,29 gewonnen, was ich muss sagen, sehr, sehr schick war. Und den einen oder anderen können wir uns sicherlich noch mal angucken. Also ich denke, ihr seid hier mittlerweile auch durch mit der Liga und könnt euch wieder aufs Wesentliche konzentrieren. Also Heldenmexen, neue Dörfer anfangen, was auch immer. Einfach Clash of Clans spielen, wieder farmen und so weiter. Das werde ich auch tun, denn mein Dorf soll auch ein bisschen weiter gehen und auch meine Base hat ganz gut gehalten, muss ich sagen. Hat ganz, ganz gut gehalten. Ich habe noch mal getauscht am letzten Spieltag. Vielen Dank noch mal dem, der sie mir zur Verfügung gestellt hat. Und ja, ist schon nett, hat gut gehalten. Zwei, beziehungsweise jetzt das erste Mal, ich glaube mit 78 Prozent oder so, keine drei Sterne, muss man ja ganz klar sagen. Viele sagen dann, ja, viel zu hoch, 78 Prozent, aber wisst ihr selber, wenigstens keinen dritten Stern. Am Ende zählen unter Umständen die Prozente, aber naja. Wir gucken mal, was der Doc hier eigentlich gemacht hat, denn die Angriffe kamen auch sehr, sehr spät von uns. Irgendwie war dann am Donnerstag noch so ein bisschen der Wurm drin, aber zeitlich der Wurm drin. Aber das hat er hier schon mal ganz gut gemacht. Schön weggefundelt hier ums Rathaus. Und jetzt geht es hier mit Drachen rein. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie weit ich jetzt oder was ich in meiner Base als nächstes ausbaue. Da muss ich mal tief in mich gehen und mal so ein paar Tutorials checken, so ein paar Upgrade-Guides. Naja, in den anderen Clans, wo ich so ein bisschen rumgespielt habe, ist die Liga auch vorbei. Und ich muss sagen, Fazit ist da eigentlich auch eher positiv. Auch wo es ein bisschen negativ erschien, haben wir die Liga ganz gut gehalten. Im Clan Herausforderer sind wir sogar aufgestiegen mit sieben Siegen. Und da spielen wir jetzt demnächst Meister 3. Finde ich auch ganz nett. Gibt halt ein bisschen mehr Medaillen, aber das ist ganz normal, die Entwicklung von einem Dorf oder von einem Clan auch, dass er sich immer ein bisschen weiterentwickelt. Okay, wir haben uns jetzt in die Rückwärtsschiene entwickelt. Das ist aber auch nicht schlimm, denn wir sind hier von Meister 2, glaube ich, hoch nach Champ 2 rein. Und jetzt zahlen wir erstmal ein bisschen Leergeld. So ist das nun mal. Und deswegen ist ja jetzt nicht wirklich jemand traurig, so nach dem Motto, ach Leute, schade, wir sind nicht aufgestiegen oder haben eigentlich unser Ziel Liga halten nicht geschafft. Ich hoffe, ihr habt eure Ziele geschafft mit euren Clans und seid dort entweder aufgestiegen, habt Liga zu erhalten. Oder der ein oder andere Clan will ja sogar absteigen. Da machen die Leute dann einen Stern oder so, um gerade so die EP reinzufahren, dass man wenigstens noch den Clan so ein bisschen weiterlevelt, aber ganz bewusst absteigt. Ist zwar nicht ganz erlaubt, sage ich mal, aber was willst du machen? Ich meine, irgendwo, wenn du absteigen willst, greifst du halt nicht an oder schlecht an oder oder machst halt nur einen Stern. Der Gegner macht dann immer schön zwei Stern und freut sich. Ich denke mal, der ein oder andere Clan wird so agieren und es ist ja relativ normal. Ich meine, ansonsten nimmst du halt 15 schwache Dörfer oder sowas und dass das jetzt jedes Mal kommt und der nicht gleich auf die Kriegskarte hier springt. Manchmal geht mir das auch ein bisschen auf die Nerven, aber ich habe wenigstens noch ein paar Angriffe, denn irgendeine Wartungspause kommt mir sicherlich dazwischen. Deswegen wollte ich das in jedem Fall für euch festhalten, wie wir hier so gespielt haben. Das eine oder andere habt ihr ja in den Livestreams gesehen im Laufe der Woche und am Wochenende werden wir auf jeden Fall wieder ganz, ganz chillig so ein bisschen Clash of Clans spielen. Also mit so ein bisschen Farm, mit so ein bisschen sicherlich auch hier und da wieder CK, denn so hier und da hat er natürlich auch wieder angefangen. Cooler Sprungzauber hier, muss ich schon sagen von Welsen, aber erst mal weg, schön weggefunnelt hier mit dem einen Päcker. Der geht hier auch noch absolut bis nach 6 Uhr sogar runter. Das ist echt nicht schlecht und dann geht sie über die, ja eigentlich über das Eckkompartment hier mit rein, über 9 Uhr und erst mal Richtung Rathaus mit Yeti Smash müsste das gewesen sein. Ja, mal sehen, wo er sich das Loch jetzt aufmacht. Da mit dem Erdbeamzauber. Ich finde es gar nicht mal so schlecht, dass der Erdbeamzauber so eine Renaissance hat, also dass er jetzt seinen Nutzen wieder gefunden hat, hier ins Spiel rein. Viele nehmen den nicht, weil sie nicht genau wissen, na, vielleicht komme ich nicht weit genug und nehme doch lieber zwei Sprung mit. Ist immer unterschiedlich, je nachdem, wie man so eine Base aufmacht. Aber ihr seht ja hier, wie weit er jetzt die Compartments alle aufgemacht hat. Da ist jetzt nicht mehr, nicht mehr so viel. Ich habe jetzt übrigens auch verstanden mit den Yetis, dass die nur zehn von den kleinen Bubbles da weg oder aus ihrem Korb bringen. Die machen aber, da macht es dann die Masse. Da haben wir festgestellt, da macht es echt die Masse bei den Yetis. Und selber machen die ja auch noch gar nicht mal so schlechten Schaden. Also die gehen schon ganz gut durch. Das ist, ich finde es so eine Support-Truppe, die eigentlich alles kann. Die kann ein bisschen tanken, die kann ein bisschen Schaden austeilen und hat dann zudem noch die kleinen Mini-Yetis, die da rauskommen. Ich habe den richtigen Begriff jetzt gerade nicht im Ohr. Außer, das ist natürlich auch witzig, da hinten auf drei Uhr die Tornado-Falle, nur für den einen Boge, ist ja auch nicht schlecht. Aber hat er ganz gut gemacht, hier den Yeti-Smash. Und der Spam ist nach wie vor in aller Munde. Also so wirklich schöne Angriffe. Teilweise sieht man zumindest in den Casual-Clans, glaube ich, im Moment nicht wirklich. Denn dazu denke ich, mal braucht es noch ein bisschen Zeit. Rathaus 13 ist noch nicht so alt. Und bevor wir dann wieder so klassische Taktiken sehen mit Queen Charge und irgendwas, wird sicherlich noch ein bisschen dauern. Auch hier seht ihr zehn Yetis, zwei Ice-Golams und die Helden dementsprechend teilweise, ja doch, ich glaube, die sind im Bus bzw. im Trank. Acht Erdbeben-Zauber dabei. Alter Falter. Jetzt hat man natürlich nicht mehr viel Zauber. Da muss man jetzt auch echt auf seine Armee vertrauen hier. Und brauche jetzt aber keinen Sprung mehr. Also die gesamte Base ist jetzt eigentlich mehr oder weniger offen. Von innen nach außen geöffnet. Und so kann es hier dann natürlich durchgehen. Da muss man dann schauen, wann nehme ich eigentlich jetzt meine letzten beiden Zauber. Den Gift-Zauber nimmt er jetzt. Und ich denke mal, wenn es erstmal Richtung Adler geht, Richtung Mitte, Richtung Queen, dass dann der Wutzauber genommen wird. Muss aber jetzt schon reinhauen. Die Truppen haben da ganz lange festgesteckt. Habt ihr gerade gesehen? Die haben da unheimlich lange festgesteckt dort. Und hat jetzt noch einen Heilzauber. Den nimmt er da außen. Okay. Aber es sind schon alle, alle Truppen sind auch aus dem, wie nenne ich es immer, Apollo 13, auch aus der Kaserne raus. Habe ich jetzt gar nicht gesehen, was da rauskam. Da muss man nicht unbedingt immer Hox mitnehmen. Der Heilzauber heilt auch andere Truppen als Hox. Also das könnt ihr euch merken. Die beiden Scattershots hier, beziehungsweise die Schleuderkatapulte, so weit außen gesetzt ist natürlich auch. Ist heftig. Ihr seht, die machen unheimlich viele Schaden. Und die haben mir vor allen Dingen in diesem Clan Kriegen oder überhaupt in diesem Clan Kriegen unheimlich zugesetzt. Und ich werde glaube ich auch sehen, dass ich die ein bisschen ausbaue. Denn die kriegen nochmal richtig Schaden dazu, glaube ich. Ich glaube von 150 auf 180 auf Level 2. Das habe ich mir mal angeguckt. Das ist schon heftig. Und hatte aber auch hier gut gemacht, der Mac Max. Mac Max vom Clan GSI. Also viele haben ja gefragt, kann ich in diesen Clan hier? Nein. Also dies ist ein Event-Clan. Und hier spielen ausschließlich, oder hier spielen wir eigentlich, wir Spätze mit Soos, spielen hier unsere Liga immer und teilweise auch das ein oder andere Event. Aber meistens nur Liga und Rest des Monats ist eigentlich der Clan hier mehr oder weniger nicht wirklich befüllt. So ein paar sind hier, die so ganz chillig farmen und so ein bisschen Helden machen und vielleicht auch mal ihre Ruhe haben wollen. Das ist so ein bisschen so Altersteilzeit hier. Aber für drei Wochen. Im nächsten Monat geht es ja wieder weiter. Und auch hier wird es dann wieder mit der Liga weitergehen. Also ich denke mal, bis dahin haben wir dann auch alle so ein bisschen mehr die Rathaus-13-Taktiken inne. Ich sag mal, so ein Smash, der muss auch nicht unbedingt immer gelingen. Ja, also mir sind die nicht immer gelungen. Ich meine, es werden immer hohe Prozente, gar keine Frage. Aber der Dreier, meistens fehlt es dann so ganz, ganz am Ende noch, so das I-Tüpfelchen. Der Frieger hat das, glaube ich, ganz gut gemacht. Auch hier wieder mit dem Erdbebenzauber. Und ihr seht, man kommt dann ziemlich weit. Er kommt dann auch relativ nah an die Infernus dran, die jetzt recht weit hinten stehen. Auch hier wieder die beiden Schleuderkatapulte machen unheimlich viel Schaden und gehen vor allen Dingen beide immer auf die Truppen drauf. Das ist dann schon unheimlich viel Streuschaden da an der Stelle. Aber mit den Heilern natürlich im Gepäck. Apropos Heiler. Ich baue im Moment meine Luftminen aus, weil ich glaube, dass im Moment gibt es nicht wirklich was, was man gegen Heiler oder gegen nicht sterbende Heiler machen kann, als dass man seine seine Luftbombe ausbaut, als dass man die Luftabwehr ausbaut, dass wenn wenigstens so wie jetzt auch der X-Bogen da drauf ist, dass sie dann wirklich relativ schnell sterben. Aber ihr seht so lange, wie die Heiler halt da sind und immer noch ein bisschen was durchhalten. Da sind es jetzt noch zwei Stück, glaube ich. Das wird schon unheimlich schwer, dann dagegen was zu machen. Und da kannst du deine DEF dann auch noch so ausbauen. Es bringt einfach nichts. Außer du positionierst dann deine Fallen und deine Minen so, dass die Heiler in jedem Fall sterben oder halt der Flugweg der Heiler ein anderer ist. Aber das ist auch immer so ein bisschen schwer zu berechnen. Ich denke mal, so die Pro-Clans werden das sicherlich machen. Aber wir hier so im Casual-Gaming machen dann unsere drei Sterne hier, auch mit dem Smash. Wunderbar hier der Free Guy. Also super Sache hier, finde ich zumindest. Und jetzt kommt das schon wieder. Ja, okay. Dankeschön. Dass du mich immer wieder daran erinnerst, liebes Spiel, dass wir abgestiegen sind von Champion 2 auf Champion 3. Aber 417 Medaillen immerhin. Ich fand es jetzt in Ordnung und damit haben wir immerhin zwei Siege eingefahren. Hier, nächstes Mal, heißt es, nächstes Mal wird besser. Und ihr seht das hier, ich glaube, mit 78%, nee, 74% hat meine Base gehalten. Irgendwann werde ich das Geheimnis sicherlich mal lüften und euch die Base auch zeigen. Aber hier mache ich jetzt erstmal Schluss. Das heißt also, auch ich werde jetzt meine Helden ausbauen. Ich muss mal gucken, welche und wie und wie ich mir die Lager vollfülle. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Also so ein bisschen kleiner Abschluss nochmal von der Liga. Wenn noch irgendwo Liga ist, werde ich euch das noch in den Livestreams am Wochenende zeigen. Aber ich glaube, wir haben das schon überall wieder so die CKs. Da kann ich dann ja leider auch nichts mehr aufnehmen. Das ist dann halt meiner Zeit geschuldet, dass ich jetzt nicht überall wie ein Irrer noch ein bisschen was aufnehme, um die Restliga für euch festzuhalten. Aber ich glaube, das ist auch nicht so schlimm. Wir wollen wieder ganz normal Clash of Clans spielen. Und ich hoffe, ihr kommt gut ins Wochenende rein. Bis dahin, euer Toto. Clashed.